Die von GhostX gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf manche Zuschauer verstörend wirken. Wir nehmen unsere Arbeit sehr ernst und möchten an dieser Stelle betonen, dass wir uns von Fakes und Täuschungen distanzieren. Ihr könnt für euch entscheiden, was ihr glauben möchtet und was nicht. Was wir machen geht auf eigene Gefahr und wir übernehmen keinerlei Haftung für Nachahmer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1901 zog Dr. Wiedeburg mit seiner Familie nach Bad Blankenburg und gründete gemeinsam mit Dr. Karl Schulze das Thüringer Waldsanatorium Schwarzeck. So besuchte auch Chagall, ein französisch-russischer Maler jüdischen Glaubens, das Sanatorium und lebte für einige Monate gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter in Schwarzeck. Dr. Wiedeburg übergab das Sanatorium nach seinem Tode 1935 an seinen Sohn, der dieses wiederum 1937 in die Hände von Nationalsozialisten übergab, die darin eine Luftwaffenschule errichteten. Bekannt ist, dass Hermann Göring der oberste Befehlshaber der Luftwaffe des Öfteren in Schwarzeck residiert hat. Gegen Ende des Krieges diente Schwarzeck als Rehabilitationsklinik für das Luftwaffenpersonal. Nachdem Schwarzeck von den Russen eingenommen wurde, diente es kurzer Zeit als russisches Lazarett. 1947 wurde aus dem Sanatorium Schwarzeck eine SED-Parteischule in verschiedenen Formen gegründet. 1989 wurde der Lehrbetrieb eingestellt. 1990 erwarb die Hotel Schwarzeck GmbH das Sanatorium und eröffnete unter anderem eine Diskothek namens Fantasy. Seit 1996 steht das Gebäude leer. Heutzutage ist es möglich, das gesamte Sanatorium mit Genehmigung zu begehen. Die verschiedenen Abschnitte, die das Gebäude durchlebte, sind noch heute sehr präsent. So auch die Diskothek Fantasy, die man an ihrer Tanzfläche und Theken erkennt. Auch die meisten Spuren Dr. Wiedeburgs finden sich nach wie vor auf dem Anwesen Schwarzeck, welches untrennbar mit ihnen verbunden ist und immer sein wird. Und was wir in dieser Nacht erlebt haben, seht ihr jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey meine Damen und Herren, hier herzlich willkommen bei unserer neuen Folge GhostX. Wir sind an einem ganz besonderen Ort. Wir sind im Sanatorium Schwarzeck. Und wir sind die ganze Nacht hier. Das heißt, es ist unsere erste Overnight. Es wird auf jeden Fall spannend. Jenny, was denkst du? Ich denke auch, dass es sehr spannend wird. Also ich hab hier auch gemischte Gefühle, sowohl positiv als auch etwas negativ. Ja, ich bin gespannt, wie die Nacht wird. Ich sag auch nichts. Isa, ich sag auch nichts. Laura. Also ich stehe auch einfach mal sehr unvoreingenommen in dieser Führung. Und ich denke, hier wird schon ordentlich abgehen. Das denke ich auch. Und wir sind noch nicht alleine unterwegs. Mit uns heute ein befreundetes Team. Mittlerweile kann man Freude dazu sagen. Ja, die Ghost and Urbex Group aus dem Polen Norde. Moin. Der Dan und die Amy. Dürfen wir doch schon kurz vor. Ja, wir sind die Ghost and Urbex Group. Wir sind jetzt seit anderthalb Jahren in der Szene auch so ein bisschen tätig. Wir, wie gesagt, der Name ist auch schon erwähnt. Wir machen nicht nur leicht Ghost Hunting. Wir machen auch Urbex Videos. Aber haben halt diese Location entdeckt. Und haben gesagt, wir möchten das unbedingt mit euch als Clou zusammen untersuchen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon so ein bisschen Briefing bekommen, was hier so passiert sein soll. Wir haben schon so ein bisschen selber erforscht. Aber auch bei uns ist es so, dass wir versuchen natürlich eine Menge Antwort zu bekommen. Oder? Ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal überraschen, was die Nacht noch so bringt. Und ich freue mich drauf. Im Endeffekt kann man auch immer dazu noch sagen, für uns ist es auch die erste Oberleitung. Ja. Und ich denke mal, dass es nicht das letzte Projekt ist, hoffentlich, was wir zusammen machen werden. Und ich denke auch, dass es ein super, super, super Video wird und eine super Kooperation werden. Ebenfalls. Definitiv. Und das war's noch nicht. Denn wir haben noch jemanden dabei. Beziehungsweise drei Jungs. Stellt euch mal kurz vor. Moin Moin. Ich bin der Bühren. Big4Life Bühren. Ich habe das Hobby Urbexen und habe immer Lust heute, mich so ein bisschen einzuscheißen. Und immer so ein bisschen paranormale Sachen zeigen zu lassen. Es ist nicht mein erstes Mal. Ich war schon mal mit Guss und Urbex-Pool unterwegs. Ja. Mal gucken, was mich hier so erwartet. Ich bin gespannt. Moin. Ich bin der Dennis Outdoor. Ich verfolge eigentlich so dieselben Hobbys. Lost Plays. Hat mich immer schon so ein bisschen in den Bann gezogen. Und ich hoffe, dass ich heute so ein paar neue Dinge auch kennenlernen darf. Und freue mich echt auf die Tour und auf die herzliche Einladung dazu. Ja, moin. Ich bin Kevin. Capco Urbex. Und ich fahre auch nie dabei. Weiß sowas. Und bin auch echt gespannt, was hier so heute passiert. Und ja, lass mich überraschen. Ja, dann schauen wir mal. Wenn wir fertig sind, glaube die Jungs, dann noch freiwillig liefen. Auf jeden Fall kohlen wir uns. Die Links zu Ihren YouTube-Kanälen. Schenken wir euch gerade drei Werte. Tue ich euch mal in die Kommentare schreiben. Könnt ihr mal drauf gucken. Kommst du dran, wir fangen langsam an, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil es ist schon spät. Ihr wisst ja, ihr seht kurz X, ne? Halt ruhig, die Kamera. Halt ruhig, die Kamera. Gänsehaut an die Beine. Hast du das Wind gespürt? Mhm. Und das ist nur kurz und ist weg. Ja, genau. Hier. Das ist ein kurzer Windzug, oder? Denkst du, das kommt vom Fenster? Mhm. Es ist nicht bindisch. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut über den Rücken. Das ist ein Windzug. Ist hier jemand? Will vielleicht jemandem mal was erzählen? Guck mal, ich hab hier eine Kamera. In die kannst du reinsprechen. Kann ich dir irgendwie helfen? Diese Präsenz braucht Hilfe und ist so gereizt. Ja, meine Lieben, ihr hört gleich im Hintergrund leise Musik. Es ist die Laura, die ein bisschen singt. Also es ist nichts Paranormales. Aber ich kann es nicht tun. Nie, die das ist nicht purse. Das ist nicht ein bisschen Ja, meine Lieben, ihr hört es. Es regnet draußen. Vielen Dank. Ist hier jemand? Möchte vielleicht jemand mit mir reden? Ich habe hier eine Kamera, in die kannst du gerne reinsprechen. Wenn du Energie brauchst, kannst du dir gerne von meiner Taschenlampe oder von meiner Kamera Energie ziehen. Mein Name ist Ossi, ich bin von GhostX und ich würde gerne Kontakt mit der anderen Seite aufnehmen. Das können wir nicht wissen. Das kann ich nicht sagen, weil es kann so machen. Vielen Dank. 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 Ich weiß, wo der Markus heute noch schlägt. Was? Guck mal, der alte Leuchter da oben. Warte mal ganz kurz. Ich hab hier voll... Ist hier irgendjemand? Ist hier irgendjemand? Ich hab hier... Ich hab hier... Ich hab hier... Was ist hier... Da ist wirklich ein Park. Ich hab hier... Ja, ich hab hier... 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 Erfassen... Genau... Erfassen... Erfassen... Irgendwo... Ich hab hier. Achso... Ich glaub, hier war das... Das Museumstudio. This century? Ja... Ja... Hier... Guck mal hier... Hier war ein... Musikstudio... Hier seht mein... Und hier muss ein Tisch gestanden haben, wo er abgemischt hat. Turmstudio. Ja, Turmstudio war hier. Guck, hier hast du überall die Dinger. Das Bodenbett. Ja. Guck mal, da steht man nicht alle zusammen in der Mitte. Also, falls hier jemand ... Also, falls hier jemand ist, der mit uns kommunizieren möchte. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Sie können sich einmal ganz einfach über die Kamera bemerkbar machen. Oder über die Geräte in unserer Hand, bei der Isa und mir. Sie können doch auch die Energie aus den Taschenlampen ziehen. Ach so, hier vorne sind, glaub ich, die ... Wenn du hier hoch lagst, war das hier oben? Ich glaub, hier oben war das. Da sind die Spielautomaten. Ah, okay. Ja. Ah, hier waren wahrscheinlich die Toiletten dann. Boah, krass. Hier war so ein Aufenthaltsraum oder sowas. Nee, das war die Disco. Das war die Disco. Ja. Okay. Ich würde sagen, stellen wir hier die Fotofländer auf. Schau mal, die Kärme, unscharf. Jetzt wird sie scharf. Jetzt wird sie scharf. Das war eben wie, als wenn einer vor der Kärme durch ist. Ja, aber geht an. Selin? 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 Ich bin hier. Ach so. Das war mein ... Ja, das passt. Was passt denn? Geldwäsche. Was? Geldwäsche. Okay. Ja, ja. Hier musst du schon Al Capone, Mafia. Al Capone. Okay. Vergewaltigung. Vergewaltigung? Mhm. Von deinem Trommens. Tomasso. Tomasso. Tomasso oder Tomasso? Okay. Tomasso, ja. Gut. Könnte auch rustig sein, ne? Aber das ist ja voll. Noch nichts zu sagen, weil ich muss noch nicht mehr. Alles gut? Laura, alles gut? Klar? Nein. Ich ... Also die Isa hat einen Namen reingekriegt. Der Name ist Selin. Ist sie ein Mädchen oder eine Frau, die Selin heißt? Selin? Bist du hier? Hier kommt Gänsehaut. Hier krieg ich ... Oh! Eine Mädchen, die auf die Stamm getanzt hat und sie hat den selben Namen Engel. Oh, hier krieg ich Gänsehaut. Ja, guck mal dieses Bild an. Guckt euch das mal an. Krass. Hier haben die getanzt. Hier haben die echt Gokodancing gemacht. Ja. Das waren gekaufte Huren. Gekaufte Frauen, ja. Krass. Also das, was die gemacht haben, war nicht aus Beruf. War nicht richtig. Okay. Die haben versucht, etwas dazu zu bewirken. Was macht Ulf da verdient oder was? Äh, ja und nein. Die haben Geld damit verdient. Aber die mussten irgendwas, ich weiß nicht. Das war Aufgabe, um etwas zu machen. Das hat mit den Leuten zu tun, die hier kamen. Guck mal hier. Guck mal hier. Eine Tanzstange. Gokostange. Grob. Krass. Das ist auch Wahnsinn, wie verwinkelt das hier alles ist. Oh ja. Und hier, das müsste bestimmt so ein ... So ein Private ... Büro ... Ein Hinterzimmer. Das war ein Hinterzimmer, gell? Oder sowas. Krass. Oder hier war vielleicht VIP oder so. Irgendwas, ja. Selin? Hast du hier auch getanzt? Hallo, Karl. Wie wird ... Kannst du jetzt mal loschen? Raphael? Hinterzimmer, meinst du los, was abgesperrt ist? Kann auch sein. Ist da ein Kind jetzt? Da ist ein Zimmer. Ja, aber die ist zu ... Okay. Gedanzt. Haben die Frauen hier freiwillig getanzt oder wurden sie gezwungen? Was? Kann auch mal hier. Schade. Schade, schade. 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 Schade, ey. Schade, ey. Das ist nichts. Weil ich hab Info, Fragezeichen. Info, das ist nur anders. Okay. Ja, ja. Stopp. Was ist los? Die Mädchen, die hier vergewaltigt worden sind, das war sehr brutal. Was war's? Brutal, aber sehr brutal sind sie vergewaltigt worden. Hier drunter, oder? Also abgeschleppt, aber hier ist das, der Anfang hat stattgefunden. Okay. Hier sind die Toiletten. Und hier ist nochmal ein Räumchen. Ja, deswegen ist es eigentlich immer geiler, das vorher zu machen. Ja. Also die ziehen auf jeden Fall von meiner Taschenlampe. Okay. Weil die geht ab und zu mal einfach aus. Sieht ihr euch ja da wie von Assis Taschenlampe? Ja. Ich krieg hier Gänsehaut in dem Raum. Ja. Nee, es ist mir schlecht, seitdem ich den hier bin. Jetzt ist es auch sehr kalt. Das ist wie Trigger-Objekt. Der ist gerade ausgeschlagen. Nur mal so. Echt? Ja. Und zwar bis rot. Wow. Toll. Ups, sorry. Ja, stell die mal so. Oh. Hier ist das Trigger-Objekt, das ist die Stange. Angel, bist du hier? Und wenn du hier bist, hast du vielleicht hier an dieser Stange getanzt? Habt ihr es gehört? Nein. Hast du es gehört? Hm. So, mit meinem reinen IEP sozusagen. Ja, aber wir müssen ruhig sein. Ja. So, jetzt geht er ganz lange auf jetzt. So. Das sieht gut aus. Die bleiben halt im Stange. So, jetzt stell dich mal hin. Ich würde mich gerne mal vorstellen. Mein Name ist Markus. Mit dabei habe ich die Jenny. Guten Abend. Den Assi. Hallo. Hallo. Die Laura. Hi. Und die Isa. Hallo. Wir sind von dem Team Ghost Ex. Und wir würden gern mit den Seelen reden, die noch hier vor Ort sind. Weil wir kennen Geschichten darüber, was uns jetzt alles erzählt wurde. Und hier sind definitiv genug Menschen ums Leben gekommen. Möchte denn hier jemand mit uns Kontakt aufnehmen? Das war ich. Ich habe nicht gekannt. Okay. Ist denn eine Angel hier anwesend? Um das mal klarzustellen, das ist kein Zwang. Ihr müsst nicht mit uns kommunizieren, aber wir würden uns sehr darüber freuen. Vielleicht können wir euch so dadurch helfen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass es so ein bisschen... Mach mal die Cam an. Füllen nochmal das... Das ist hier, ne? Wie gesagt, möchtest du mit uns reden und wir können dir vielleicht dadurch helfen. Ganz kurz, das K2 Meter, schon wieder K2 Meter hat ausgeschlagen. Schon wieder K2 Meter. Angel, bist du hier? Oha, das ist ins Rote. Wow, schön. Von mir brauchst du keine Angst zu haben. Bist du hier drinnen gestorben? Oder ist dir an dem Ort was Schlimmes passiert? Und wenn dir hier was Schlimmes widerfahren ist, dann lass doch mal das Gerät nochmal ausschlagen in meiner Hand. Du brauchst doch keine Angst vor uns zu haben. Wir tun dir nichts, du kannst gern immer in unsere Nähe kommen. Bist du hier freiwillig gewesen oder wurdest du gezwungen hier zu sein? Ich schlägt da auf. Jedes Mal wenn ich kriege, gell? Mhm. Also warst du hier freiwillig? Wenn du freiwillig hier warst, dann lass das Lämpchen mal bis zum Roten ausschlagen. Wenn du nicht freiwillig hier warst, dann lass das Lämpchen auf zwei Lämpchen leuchten, bitte. Du kannst dir auch gern noch ein bisschen Energie aus der Taschenlante oder aus der Kern nehmen. Nein, nein. Magst du das, wenn der Assi spricht? Guck mal, ich habe jetzt auch so ein Gerät in der Hand wie die Jenny. Vielleicht kannst du dir bei mir noch ein bisschen was ziehen. Sind dir das zu viele Geräte hier? Du kannst als Bestätigung auch das Gerät in meiner oder in Assis Hand ausschlagen lassen. Ich habe hier gerade auch immer dieses Gefühl, dass ich so Energieschübe bekomme. Was hast du gesagt, wo sie zwei Lämpchen anmachen lassen soll? Das ist ein Gerät. Dann war sie nicht freiwillig hier. Dann war sie nicht freiwillig. So bist du nicht freiwillig hier gewesen, wurdest du gezwungen hier zu sein? Mhm. Mhm. Wer hat dich denn gezwungen? War das der Mann, der das gehört hat, der Club? Oder hast du für die Polizei gearbeitet? Das war es, ich mit meinem Fuß habe mich anders hingestellt. Wenn du die Angel bist, kannst du das Lämmchen ausschlagen lassen. Und wenn nicht, dann ist das einfach so. Oder bist du die Celine? Oder ist es vielleicht sogar der Thomas oder Thomas? Thomas. Thomas. Hallo Thomas. Ich wollte vorher sagen, sie vermittelt mir, ich muss gehen, er kommt. Aber nenn sie mal Thomas, weil als der Markus Thomas gesagt hat, hat es ausgeschlagen. Nicht bei Thomas. Thomas, hast du die Frauen hier gezwungen, hier zu tanzen für die Männer? Das war vielleicht vorher. Warst du ein russischer Soldat im Zweiten Weltkrieg? Jetzt bräuchten wir jemanden, der Russisch könnte. Ich habe einen Klopfen gehört. Und dann? Und dann? Sergei? Sanja? Wow, 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 wow. Was ist das? Was ist das? Sanja, das ist Alex. Ja, Alexander wollte ich das nächste fragen. Und du hatte es heute auch. Die sind da, dawaj. Dawaj, dawaj. Was ist das Sanja? Sanja. Alex. Alexandrei. Alexandrei. Soldat. Tawarisch. So anscheinend haben es wirklich einen russischen Soldaten hier zu suchen. Oder mit mehreren. Oder mit mehreren, ja. Russischer, russischer Mafia vielleicht. Na gut, das war wahrscheinlich ein Ort, wo die gerne sich aufgehalten haben. Die müssen ja nicht mal hier verstorben sein, aber... Russische Mafia. Russkaja. Ey, lass mich juckt's die ganze Zeit immer ein. Thomas, bist du noch hier bei uns? Die Energie weg, setz dich an Dauert. Mh. Er ist nicht mehr da, jetzt ist wieder jemand anderem, aber ich kann das nicht... Wer ist denn jetzt hier bei uns? Bist du ein Mann? Ich schreibe die ganze Zeit Schlag auf den Kopf und erwürgt. Okay. Waren hier mehr als 10 Frauen? Oder waren hier weniger als 10? Das hat sich ja mal abgewechselt, könnte ich mir vorstellen. Ja. Wurde hier jemand erwürgt? Erwürgt oder vielleicht schnitt. Dann bin ich noch nicht so gut drin. Wurde hier jemand umgebracht? Weil er das nicht machen wollte, was er sollte? Du hast dich vielleicht geweigert und musstest dadurch dein Leben geben? Also ich habe das Gefühl, es war viel hier los. Hier war dauerlich Dauerdinger. Messerstöcherei auch. Der Mensch musste nicht unbedingt hier gestorben sein, aber vielleicht ein Krankenhaus. Und das ist das hier, an das, was er sich als Letzter erinnert. Waren hier viel Prügeleien? Aufschlag. Du hast es nicht drauf. Du musst hier gucken. Das ist ja normal. Wow. Viel Prügeleien. Wer ist denn hier bei uns? Waren die meisten Schlägereien wegen den Frauen? Oder wie man bei euch gesagt hat, Prostituierte. Das ist schon dieses Wort, aber es ist unhöflich. Musstest du irgendwie an Informationen kommen? Von den Gästen, die hier waren? Das ist ja normal. Schmerz, du hast du einen Moment? die hat wenig energie wir werden jetzt mal weiter ziehen wir danken euch auf jeden fall für eure antworten und egal was dir passiert ist tut uns leid das ist so ähnlich wie ich das gefühlt haben wir gehen runter ist das in ordnung wenn wir gehen ich habe es ja auch Jetzt passiert etwas wirklich seltsames. Wir sind zurück zum anderen Team, um eine kleine Pause zu machen, um ein bisschen runter zu kommen. Und der Dan wollte mal in seine Aufnahmen reingucken. Er schließt die Box an die Kamera an und plötzlich spielt die Box einfach klassische Musik. Obwohl auf der Tonspur von der Kamera keine klassische Musik zu hören war. Also schon sehr seltsam. Leider war unsere Cam aus. Asi hat es gerade noch geschafft, das Ende einzufangen. Angeschlossen. Wie geht das? Sag mal. Sag mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018